ich hab geburtstag party ja wir waren grad eis essen drei kilo eis jeder hat finden hohlen zahn eis gegessen ja jetzt genießen wir die sonne noch ein bisschen und nachher ist party ich habe natürlich für euch ein paar tipps zusammengestellt weil heute ist ja halloween unter anderem mein freund hat mich zum beispiel geschminkt voll professionell das werdet ihr dann alles gleich viel spaß ja also da ja halloween ist muss man sich natürlich auch verkleiden bzw schminken und ich habe gedacht ich kann nicht malen mein freund eigentlich auch nicht aber er soll mich jetzt halt schminken und zwar so sieht man das ist halt doof wenn ich die aufgabe kriege deswegen muss er es halt machen ja probieren wir es einfach mal aus geht nicht warte wir haben noch andere schwimmen die farbe muss natürlich jetzt trocknen wir probieren es einfach mal mit dem fön ja 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 sie ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja und so sieht dann das Ergebnis aus. Voll professionell. So mal im Vergleich. Wer sich allerdings alleine schminkt, für den habe ich natürlich eine Alternative. Und zwar habe ich diese Katzenohren noch in meinem Schrank gefunden. Und da habe ich gedacht, schminke ich mich mal als eine Katze, Horrorkatze, was auch immer. Mal gucken, was daraus wird. Mal gucken. 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 Fertig ist die Horrorkatze. Miau! Fertig ist die Horrorkatze. Die Horrorkatze. Die Horrorkatze.